Mitten in deiner Präsentation sagt vielleicht jemand so etwas wie Entschuldigen Sie, gibt es denn nicht schon viel aktuellere Forschungen, die ganz etwas anderes sagen? Und in dem Moment schaust du dir die Person vielleicht an und sagst Danke für die interessante Frage, ich werde mich am Ende darum kümmern. Und dann schaust du dir die Person weiterhin an und dann kannst du heraus sein, dass die Person weiterredet. Und genau das soll nicht passieren, deswegen schauen wir uns heute eine Methode an, die diese erste Methode, die du schon kennengelernt hast oder auch jede andere Methode verbessert. Und zwar funktioniert die so, jemand sagt dann einen Kommentar, hey, das ist ein Blödsinn und dann sagst du darauf, danke für die interessante Frage, ich werde mich am Ende darum kümmern. Ja, was ich übrigens sagen wollte, in dem Moment, und das ist das Wichtige, wo du fertig bist, zack, bringst du deinen Augenkontakt ganz woanders hin, also auch nicht ein Kleinweg, sondern ganz woanders, und fängst relativ schnell wieder mit deiner Präsentation an. Du kannst auch irgendwas anderes machen, das Wichtige ist nur, dass du den Augenkontakt wegbringst. Das hört sich jetzt total einfach an, ist es auch, aber, wenn du es noch nicht erlebt hast, ganz vielen geht es so, die wollen dann empathisch sein, die wollen dann irgendwie, dass er Verständnis hat, dass er nickt. Nein, er muss nicht nicken, er muss nicht einverstanden sein. Du bist König, du bist auf der Bühne und du bestimmst, wann er Raum hat. Und er hat eben erst ein Ende Raum, da brauchst du jetzt auch keine Empathie mehr geben. Ich weiß, für manche ist das ein bisschen schwierig, aber genau deswegen ist es so wichtig, damit diese Präsentation nicht floppt, weil selbst wenn du ihm was Gutes tust, die anderen 100 Menschen, die im Raum sind, tust du nichts Gutes, weil die wollen sich die Diskussion nicht anhören. Die sind sehr froh und zufrieden, dass du das Ganze ans Ende geschoben hast. Das heißt, Methode Nummer 2 ist, trainiere, zu sagen, hey, danke, am Schluss machen wir das, wegschauen, weitermachen. Ganz, ganz wichtig, so kannst du jede Methode verbessern, du unterbrichst diesen Augenkontakt.